Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey, wie heisst es? Was willst du eigentlich? Weisst du, wie du heisst? Ich frage sie, ob sie schon eine Periode gab. Chill, ich will nur wissen, wie sie heisst. Mia. Hey, stopp! Anna, zeig. Hallo! Hallo! Nein! Tschanda! Ich will es probieren. Warum gibt es eigentlich kein Foto von dir, wo du schwanger bist mit mir? Es ist einfach alles anders. Ich mache Sachen, die ich gar nicht bete oder kenne. Geh aus meinem Zimmer raus. Sag mal, wie redest du mit mir? Geh aus meinem Zimmer raus! Weisst du, das wäre so sehr gerne. Man möchte einfach Kinder auf die Pause drücken. Und das alles ist einfach wie immer. Was? Wir lagen. Fuck... Es ist sehr stund. Dominik! Untertitelung des ZDF, 2020